Feuer verzinken Ungeschützter Stahl rostet und muss deshalb geschützt werden. Zink ist der beste Korrosionsschutz für Stahl. Durch das Feuer verzinken, ein Tauchbadverfahren, wird die Lebensdauer von Stahl durch Zink um ein Vielfaches verlängert. Zink schützt so jahrzehntelang gegen Rost. Dank einer hervorragenden Ökobilanz ist Feuer verzinken ein nachhaltiger Ressourcenschutz. Zudem sind feuerverzinkte Konstruktionen ein attraktiver Blickfang in der modernen Architektur. Beim Feuer verzinken unterscheidet man grundsätzlich zwei Verfahrensvarianten. Das Stück verzinken und das Band verzinken. Beim Stück verzinken werden Stahlteile von der Schraube bis zu großen Stahlkonstruktionen und Behältern zuerst vorbehandelt und danach in ein ca. 450 Grad Celsius heißes Zinkbad getaucht. Das flüssige Zink gelangt auf diese Weise auch ansonsten nur schwer zugängliche Stellen und bietet damit einen verlässlichen Rundumschutz. Im Tauchbad bilden Zink und Stahl eine feste Zinkeisenlegierung an der Oberfläche. Der Stahl ist dauerhaft geschützt, auch bei starker mechanischer Beanspruchung oder extremen Witterungseinflüssen. Wichtige Anwendungsbereiche des Stück verzinken sind die Architektur, das Bauwesen sowie die Verkehrstechnik und der Fahrzeugbau. In modernen Feuerverzinkereien werden sowohl Abluft als auch Abwasser in geschlossenen Systemen gereinigt, aufbereitet und wieder in den Prozesskreislauf eingespeist. Die Abwärme der Tauchbäder wird für die betriebsinterne Warmwasseraufbereitung oder Heizung von Büro- und Sozialräumen genutzt. Zinkrückstände in den Tauchbädern, wie Hartzink und Zinkasche, werden ohne Qualitätsverlust recycelt und wiedergenutzt. Beim zweiten Verfahren, dem Bandverzinken, werden Teile nicht einzeln eingetaucht, sondern ein Stahlband läuft kontinuierlich durch das Zinktauchbad. Haupteinsatzgebiet für bandverzinkte Stähle ist die Automobilproduktion. Nach dem Einsatz in Architektur und Automobilbau können Stahl und Zink wieder voneinander getrennt werden. Das Zink wird nahezu vollständig recycelt und anschließend ohne Qualitätsverlust dem Zinkwertstoffkreislauf wieder zugeführt. Feuerverzinken bietet Schutz, Sicherheit, setzt optische Akzente und schont Ressourcen für viele Generationen. Zink ist pures Leben. Feuerverzinken